Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens, der Daily DAX am heutigen Freitag, dem 9. Dezember 2022. Wir blicken nur auf den heutigen Handelstag. Noch ist der DAX nicht im Handelsende angekommen, aber das Fazit steht schon mal fest. Ein positiver Wochenabschluss am heutigen Freitag. Nichtsdestotrotz sehen wir auf Wochensicht, dass der deutsche Aktienex tendenziell sich mehr von dem Kurswiderstand bei rund 14.600 Punkten, nämlich dem sogenannten 62er Fibonacci Retracement, entfernt hat. Vielleicht setzt der DAX nochmals an, aber ich bleibe dabei, dass vorerst der Bereich um 14.600 den deutschen Aktienex eindämmen dürfte und vielmehr das erste Ziel bei 14.080 Punkten, vielleicht sogar eben der Bereich von bis zu 13.950 Punkten die möglichen kurzfristigen Konsolidierungsziele bleiben dürften. Es ist ein bisschen gerade eine Zerreißprobe, muss man schon sagen, denn man sieht ja unterm Strich, dass der deutsche Aktienex eigentlich nur noch auf- und abpendelt in einem recht engen Radius, aber wie gesagt, die obere Begrenzung ist und bleibt vorerst im Auge zu behalten. Im Auge behalten sollte man auch die Aktie von Adidas. Sie erinnern sich zurück, ich hatte mal aufgrund eines sehr, sehr wichtigen langfristigen Kurswiderstandes. Die Aktie einmal vorgestellt gehabt, das war nämlich, ich kann es auch nochmal gerade im Chart zur besseren Visualisierung einzeichnen, nämlich aufgrund dieser wichtigen horizontalen Kursunterstützung hatte ich mal die Aktie als Long Chance präsentiert gehabt und das zündete ja ehemals richtig in die Aktie, kletterte dann um rund 40 Euro nach oben. Ja, jetzt hat sich seitdem allerdings wieder ein wenig das Blatt gewandt und wir sehen, dass die Adidas-Aktie aus dieser Euphorie, die ja auch äußerst nachrichtengetrieben war, wieder jetzt hier auf Konsolidierungskurs befindet. Inzwischen hat die Aktie rund 120 Euro, nicht 120, Verzeihung, sondern rund 20 Euro verloren und wir sehen damit, dass sich auch ein massiv überkaufter Marktstatus mehr und mehr nun abbaut. Die Aktie sollte man deshalb in dem nächsten Konsolidierungsmodus, den ich ja bereits beim DAX veranschaulicht hatte, im Auge behalten, denn dann könnte tatsächlich die Adidas-Aktie schon wieder eine interessante Option sein für einen Long-Einstieg, sodass man dann auch wieder mal das Ziel des letzten Erholungshochs bei 136, 137 Euro ins Auge nehmen könnte. Mit diesen Worten verabschiede ich mich nun aus der heutigen Abendausgabe von John Gosselin Steady Ducks, wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende und schalten Sie am kommenden Montag wieder ein mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street. Tschüsst Menschen